Es geht weiter mit Metro 2033. Ja, ich auch nicht. Deswegen werde ich nicht probieren, dich zu rötten, Typ. Okay, da geht's tief runter. Boah, wieso habe ich nicht so eine coole Taschenlampe? Achso, meine ist ganz leer. Oh, mein Licht geht auch nicht so mega weit. Ich meine, es geht nur so wenig weiter, okay. Okay, hier jetzt rüber und Sprung. Okay, ich habe es geschafft. Gasmasker. Okay, mein Mund ist hier nicht nur verbrauchte Mund. Die erste Aufnahme hat nicht geklappt. Deswegen weiß ich jetzt, was kommt. Deswegen habe ich auch gleich der Schrott gewechselt. Ach, komm doch. Und ich verpfiff wohl. Einmal Bourbon erschossen. Okay, das war's auch schon. Ich wollte halt keine Pistolen-Munition. Revolver. Ich weiß nicht, ist ein Revolver eine Pistole? Keine Ahnung, schreibt es. Also ich wollte keine Pistolen-Revolver-Munition verschwenden. Ah ne, warte mal, da unten war doch noch eine Leiche, wenn ich mich richtig entsinne. Nein, nein. Achso, dann war es weiter hinten. Ah ja, hier jetzt gleich. Er ist hier längst gelaufen. Dann lauf ich mal hier längst. Oh, ist die beschissene Leiche? Ach ja. Irgendwas gesnallt. Er schießt auf uns. Da, ein Wagen. Und sie schießen auf uns. Aber sie treffen ich. Okay, dann geh mal vor. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Aber wenn hier nur diese Viecher, diese... Wie soll man die nennen? Die hier skippt. Keine Ahnung, wie die heißen. Dann werde ich mal die Schrot benutzen. Weil dies ging hier eigentlich ziemlich effektiv. Wer kommt denn noch? Hallo? Ja, ja. Hier bin ich. Hier. Nein. Ach, er tötet schon alle. Es ist gar keine Munition verschwenden. Es gibt jetzt zwei Wege. Ich werde erst mal hier schauen. Also ich glaube, es gibt zwei Wege. Ja, und es war ziemlich richtig, hier zu schauen. Und, ähm... Hier kann man auch hoch. Und von hier kam... Hier ist nichts. No, 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 no. Und wo ist er? Erst, glaube ich, in den Zug. Wow, das war eine Fart. Hä, was? Ach, du bist da runtergehüpft, oder was? Was sind die eigentlich? Egal. Eigentlich sollte der jetzt runterfallen. Ich war anscheinend zu langsam. Oh, überliegen gleich nicht. So, der erste Schuss hat mich getroffen, der zweite schon. Oh, mun, 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 mun. Wow, der hat mich ein wenig erschreckt. Hm. Hochhüpfen. Ist hier mun? Ja, hier ist mun. Ja, mun, typ. Wow. Hilfe. Nein. So, ich will schauen, ob hier überall... Wo überall mun ist. Tö, 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 tö. Hier zum Beispiel ist nochmal mun. Auch Militärmun. Ähm, ja, ich gehe jetzt mal weiter. Mal wieder aufladen. Ein Einsturz. Mist. Und eine Treppe. Wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Oh, es ist dunkel, wenn man das Licht ausmacht. Gehen wir. Ja, scheiß drauf. Los. Irgendwo schreit was. Ja, ich folge ihn mal. Okay, mehr kommt nicht. Schätze. Keine Ahnung. Wow, wow, wow. Nein. Wow, da kommt ganz schön viel nach. Ah, Medizin. Oben. Ja, nach. Oh, ich triff doch. Oh, stört Monster. Ach, ich hab noch Schuss. So. Okay, eine Action-geladene Szene. Und eine Granate für mich. So, ich sollte mal aufpassen, nämlich hier sind wahrscheinlich Banditen. Und es wird schwarz, der wird schon. Vergessene Katakomben. Die Marktstation war nicht mehr weit entfernt. Aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Okay, ähm. Oh, geil. Mund, 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 Mund. Oh, nein, Mund. Ja, Mund. Als wenn Norsali hinter uns nicht gemut wären, stellen wir auf einen beschissenen Flitter fest. Adjom, durchsuche die Leichen und versuche, uns hier rauszubringen. Ja, warte, ich bin nicht so schnell. Nein. Bitte noch nicht. Nein. Ich warte ein bisschen Zeit ab. Eigentlich muss ich vorrennen, aber ich will noch die eine Leiche, die hat dann noch was. Genau die Leiche meinte ich. Ähm. Wo ist die eigentlich hin? Okay, hier. Rastige Sticksal. Oh. Komm schon, eröffne dich. Tjom, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht steht. Denk unsere Abmacht. Ich zähle auf dich, Junge. Okay, ähm, wo bin ich denn jetzt bei ihm wieder? Aber hier war doch noch... Ja. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Okay, ähm. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ich wette jetzt ja. Nein, ich muss gegen den Strom laufen. Ich helfe dir. Jetzt bin ich glücklich, deine Liebe sind herrlich. Sing weiter, sing nur für mich. Ja, nein. Termin, Matt. Los. Nein. Und seltsame Grafik ist plötzlich... Ah, jetzt wieder normale Grafik. Hm. Du stirbst nicht, bevor du mir deine AK gegeben hast. Ach, John, hast du diese Lieder gehört? Boah, das wünsche ich keinem Feind. Ach ja, ich geh mal weiter. Du bist härter, als du aussiehst. Geh dir los. Wir sind fast am Markt. Wäre schade, wenn wir so kurz vor dem Schiff befassen werden. Oh, der hat einen verlängerten Revolver. Ich glaub, der ist präziser. Als der normale Revolver. Ähm. Ich hab meinen alten Revolver nicht ausgenommen. Wieder zurück. Nein. Oh. What the fuck, ey. Ähm. Es geht weiter. Ich musste kurz die Aufnahme stoppen. Hab einmal aus Versehen geschossen. Ähm. Ja. Weil jemand an meine Tür geklopft hat. Hm. Ähm. Ich glaub, ich muss hier längst, oder? Ja, ich muss hier längst. Ah, vielleicht brauche ich meine Gasmaske nicht mehr. Ja, ich brauche meine Gasmaske nicht mehr. Bäh. Ist einer der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Hier, wo ist ein Onkel Bourbon? Okay, ich kann mich noch an die Szene dran erinnern. Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben. Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen. Aufmachen! Ja, ja, komm, mach hin, ne? Mach das scheiß Tor auf! Bäh, wie viel Blut. Mist, Kerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammten aus alles! Sämiom, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Aufjom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Ja. Das hat sich wirklich anweilen. Und ich verfehle beide Schüsse, geil. Gleich mal in den ersten beiden Fall kackt. Ja, du kannst auch was erledigen. So, das war ein Doppel-Hit. Ah, in der Luft. Komm doch, ich hab keine Angst. Pah! Er macht mit seiner coolen AK alle. Hart. So, ähm. Wie er im Saal die Headshots hält. Bam. Boah, ich dachte, er läuft noch ein bisschen weit, deswegen kann ich. Boah, die sind nicht mehr One-Hit. Kurz voll an. Nachladen! Aber man ist schon leer. Du, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Ich glaube, ich verdiene. 63. Und jetzt hab ich noch einen Militär-Mund. Oh, nicht. Oh, nicht. Wie sind die? Hallo, Schweinwarnster-Ding. Die haben selbst eine Pille. Äh, ja, du zeigst mir ja deinen Arsch. Die Netze überlegt gut. Ahm. Boah, wir haben das nicht sofort aufgemacht. Und hier ist wieder ein Ladevorgang. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schulderte den Wachen der Hanse Geld. Und wollte schnell weg. Okay, hier rüsste ich mich noch auf. Äh, aus. Wer sind Sie? Und das war's dann, glaube ich, auch für heute. Langsam, langsam. Ich will verdammt sein. Es ist Bourbon. Hey, Leute. Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Nein, ich guck mich nicht meinen Mund. Und, alter Softball. Was hast du dieses... Boah, ist die Rate fett gewesen. Wer ist dieser Junge? Schau mal. Aber ich guck mich nicht mal. Vielen Dank.